das macht extrem schaden ich hab jetzt schon 5 Fische komisches System ich hab 8 Werkzeuge auf die Map gucken haben wir jetzt deren Gebiet schon wieder verlassen oder was? keine Ahnung komm zurück sagen gehen wir direkt nochmal nach links das war eine gute Idee oh ja hier sind ja jede Menge oh da kommt noch mehr wahrscheinlich ist es dann so wenn du alle Fische hast bekomme ich jede Menge ja vermutlich dann kannst du dich freuen ich hab jetzt 11 Werkzeuge bekommst du wahrscheinlich gleich jede Menge Werkzeuge diese Fische brauchen wir nochmal 10 ne? 8 ne 8 8 jetzt sind wir wieder bei den Viechern hier jetzt hab ich irgendwas bekommen Ledergürtel oh ja den hab ich witzigerweise gerade auch gekriegt hier haben wir so einen Zauberer da links ist noch oh da nein Kausios nicht ah ne der kämpft gegen die kleinen Viecher ja mal ah ich hab wieder einen Fisch bekommen und noch einen sehr schön ah ne shit das war ein Torstechwerkzeug nein jetzt hab ich auch wenigstens 12 jetzt troppen mir keine mehr so so jetzt das war definitiv ein Fisch so ok wieviel hast du? Moment ich hab die Hälfte also 4 ja das konnte ich mir glatt ausrechnen hallo ja also noch ein paar stirren so mit Fischen bin ich jetzt durch das heißt ich hoffe die brauchen jetzt ein bisschen mehr für dich ja hoffe ich auch ich hab grad wieder Kupfer bekommen jetzt sind wir wieder hier ja gut aber hier waren ja auch welche von von den Mooristen ich hör doch einen ist das vielleicht der ganz dicke gegen den die da gerade kämpfen ja kann sein naja ist das lass mich mal durch da ey das werden hier doch noch mal den Rutschladen hier so ach der hat mir ist aber was getropst na schön so so fünf Fische habe ich ach Moment da liegt ja noch was Zornessenzen auch noch hier liegt was bei mir Überwurf ja schön das war schön aber das Überwerfen damit du nicht so kalt ist und vor allem liegt das einfach mitten in der Welt rum ich würde einfach gar nicht fahren vielleicht Prozent die also von hier sind wir doch eingekommen vielleicht ist das freundlich dass wir uns übersehen das ist alle der Wahrheit daher das sind diese so ist noch nach links da rechts ist einer auf den gehen wir so wie viele Fische brauche ich jetzt noch zwei fünf Andamant gefunden sehr schön weißt du wie viel die kosten also Geld ich habe keine Ahnung ich habe keine Ahnung ich kann nicht sagen okay so ein letzter Fisch und da ist er sehr gut ähm wie ich sagen gehen wir nochmal oder nach Grimm ach so sollen wir direkt nach oben gehen äh nach unten meine ich hast du jetzt eigentlich von den Werkzeugen noch was bekommen ne ne äh ne ich habe nicht genug aber was soll's ich glaube die Quest da ist ein Level 3 Quest ja deswegen die gibt es nicht wirklich viel okay das ist jetzt mein Elfter ich hab grad drei Strick durch die Leute gekriegt wir müssen uns glaube ich links halten oder wenn ich mal auf die Map gucke ja kann sein ja dann kriegst du den 12. auch noch so mein Gott wo kommen die ganzen Viecher her ja jetzt kommt wieder so ein Ast jetzt wollen wir alle Fische haben so ich bin fertig wir können eigentlich durchrennen gut ah ne jetzt ne wir müssen nach rechts oder ne wir müssen nach Grimmstown ja ja ich hab falsch geguckt wow was wirkt mir da rum ach da hat einer geschossen ich hab gedacht was war das denn ah jetzt sehe ich die Zauber auch wie du meinst ja ich hab noch Kupfer bekommen ne da liegt auch Kupfer für mich rum das ist der Stadt verdammt jetzt komme ich da nicht was ist los ach so ich kam nicht da hin ja ich habe auch eben kurz an so einem Felsen festgehalten hier gibt es nix mehr ne was wohl läuft ich denn jetzt hin da lang oder Moment wir müssen auch da da wollte ich auch schon mal weiter rennen ja stimmt da war ich sogar schon nachdem ich den Schnaps geholt hab und hab dann gedacht ah ne da geht's ja in den nächste in den nächsten Bereich bleib ich lass mich noch hier das war die richtige Entscheidung ja so wo eine schöne Brücke ja zack ich würde sagen normal bleiben oder würde ich auch sagen okay vielleicht ist das so wie Hardcore bei weh oder wie das hä wieso sehe ich dich nicht ah ja bei mir hat's noch ein bisschen länger geladen äh warte mal kurz bei mir muss die Welt noch laden die ist bei mir erst halb da okay boah wie lange red die denn noch ich sehe bisher nur Steine ach jetzt jetzt kommt so langsam nur der Boden ist noch nicht da deine Skype-Quali bricht auch gerade ein bisschen zusammen aha so jetzt können wir los alles klar oh hoch heiskalt dagegen gelaufen oh da sind ja schon die friedlosen Streiter direkt in Stufe 6 ich glaube hier sind wir jetzt auch alleine in dieser Instanz ja das kann gut sein hast du schon was bekommen? ja ein Fingerknochen ja ich hab schon drei jetzt what? ja diesmal bekomme ich schneller was Moment ich muss nochmal kurz mein Inventar checken weil ich ja diesen Ledergürtel hab ach Moment ja mach ich auch mal grad aber ich muss noch nicht mal irgendwas identifizieren Ledergürtel der ist schlechter ja nee sonst hab ich ja nix aber Inventar ist bald voll oh stimmt noch eine Reihe hab ich aufgrund dieser bescheuerten Heiltränke die man nur 10er-Stacks stapeln kann ja ich hab 41 ja ich hab 48 das ist echt ein bisschen bescheuert wir brauchen so viele Heiltränke also später brauchen wir die bestimmt aber ich denke mal da gibt's bessere Heiltränke ja boah die weiß ich grad gar nicht auf wen ich hier hau du bist gerade ein bisschen tank so dann nehm ich mal so einen schönen Drang hier ich sag hast du eigentlich hier ähm ja ich sag jetzt mal die Vorgänger gespielt also Drang sagen am Frust der Zeit und sowas okay jeder noch müssen das Sackers das ist ja schon ein bisschen anders gespielt haben als das hier ja gut es war das hier ist ja ein Online-Rollenspiel und das war eben normales Rollenspiel und das war eben ja irgendwie so so das schwarze Augen mäßig sag ich mal das war ja dann auch teilweise so Pen & Paper das war ja so komplex und das hier ist ja jetzt alles andere als komplex richtig oh Gott ich sterbe wow was geht ab ich muss mal kurz äh ja wow wow what the hell scheiße ich bin tot ich auch äh was machen wir denn jetzt äh wir können diese Kunden abwarten ja auch nicht sagen warten wir ja okay also das haben wir jetzt aus dem Nichts es war alles total simpel ja und jetzt aus dem Nichts zack sofort tot aber sofort ich weiß gar nicht warum ja die Bogenschützen waren echt übel ja oh da lagen noch zwei Knochen für mich na gut wenigstens spawnen wir am gleichen Punkt gut dann geben wir mal gerade noch die alten Quests ab würde ich sagen äh ja und Inventar können wir auch nochmal lernen so hier ist ab mit den Fischen und der gibt uns auch noch direkt eine neue die ist auch für fünf also die schaffen wir okay sehr gut Moment der hat noch eine für mich keine frischen Fische ach das ist auch eine das mit den Ästen ist auch eine Daily Quest na ist aber kein Bock mehr drauf ne ich auch nicht ich verziehe noch ein paar Sachen ähm mit dem Schild kannst du nichts anfangen wa äh nö ich behalte meinen Hammer na ich hätte sie nämlich so im grünen ähm das kann man verkaufen ja ich kann alles verkaufen ja Moment die Fingerknochen habe ich noch achso ne da fehlen mir noch zwei ah shit ich hab acht und mir fehlen doch genau die zwei die da hinten jetzt liegen man ach so ärgerlich ähm ich guck mal grad ähm bei dem Schmied wann man sich da was richtiges kaufen kann also ich mein die die besseren Sachen ah er fordert Stufe 6 also das nächste können wir uns kaufen wenn wir Stufe 6 sind ah ne na nur die nächsten schultern okay Rüstung Brommer Stufe 8 gut das wird dann schwer mit diesem äh weil die meisten Quests die wir jetzt haben sind ja in diesem Krimmack Stone wir können noch einmal den großen Fisch machen ja 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 reint ja